Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 7.8.2024 und die Jungs haben sich hier zum Dienstag ordentlich erstmal zur Seite hängen lassen, ein paar Fotos gemacht, Faxen gedreht hier und eigentlich nicht viel geschafft. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass die 200-Tage-Linie jetzt so ein bisschen zur Orientierungsmarke wird und vor allen Dingen eben auch zu Seitwärtstendenzen auslösen kann, dass man da ein bisschen einfach mit rechnen muss auch. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich grundsätzlich oberhalb von 400 ihm Chancen geben würde, in die 510 nochmal reinzusteigen. Sollte die dann geknackt kriegen, auch 620, 700, den Gap-Close und auch die 850 klar zu machen. Ich habe hier übrigens den Chart ein bisschen aufgeräumt, mal ein paar Sachen gelöscht, die so nicht mehr erreicht werden können oder unrelevant geworden sind. Nicht zu euch wundern, dass es jetzt ein bisschen luftig alles aussieht. Das sind eigentlich nur unwesentliche Sachen, die ich jetzt gelöscht habe und die für uns jetzt erstmal keine Bedeutung mehr haben, dass es ein bisschen übersichtlich bleibt. Ja, also wir hatten darüber gesprochen, wenn er über 400 geht, dass er eben die 510 und so weiter daneben anlaufen kann. Wir hatten darüber gesprochen, wenn er aber eben das nicht gehalten kriegt und wie das sich umgeht und dann drunter fällt, dass sich unterhalb von, ich weiß gar nicht, 350, 300, was haben wir gestern gesagt, irgendwie so in dem Dreh dann eher nochmal damit und rechnen würde, dass er auch Richtung 230, 200 fällt auf dieses Eröffnungsniveau, was von der Vortagskerze hier, beziehungsweise auch interessanterweise ja von der großen Kerze und dass das dann so die letzte Schwelle wäre und wenn er dann darunter fallen würde, tatsächlich auch neue Tiefs möglich wären. Wir hatten dann interessanterweise genau, also A, sind wir erstmal über die 400 gestartet, haben die 510 oben noch bedient, sogar schon ein bisschen drüber gesteuert, hat sich dann aber dort nicht gehalten gekriegt und nicht so eigentlich, naja, kann man schon fast sagen halbtägig, nach unten gekleckert bis wieder 14.30 Uhr ans Tagestief. Das kannten wir von ihm schon vom Vortag. Dort hat er dann interessanterweise ja auch genau 14.30 Uhr sein Tagestief ausgebildet. Deswegen hatten wir auch nochmal ein Update rumgeschickt dann, dass da jetzt letzte Chance besteht, wenn die Amerikaner reinkommen und die ziehen ihn da jetzt hoch auf der 230, dass er eben nochmal hoch an die 200-Tage-Linie kann. Das hat er dann auch gemacht, hat sich stabilisiert über die Amerikaner, wieder hochgetrieben, hat es aber hinten raus jetzt nicht gehalten gekriegt und vor allen Dingen auch keine grüne Tageskerze. Und das würde ich ihm jetzt schon ein bisschen ankeiten, weil wir sind aus der Range raus, wir sind aus der bullischen Flagge unten raus, wir sind im zweiten Tagesschluss unterhalb der 200-Tage-Linie und haben das Risiko im Raum stehen, dass hier ein Abwärtstrend ausgebildet wird, der noch weitere Tiefs zur Folge bringen kann. Da ist natürlich sowas fährlich, weil wir von der Denkweise hier jetzt nicht so vorgehen können, wie die ganzen letzten Tage, wo wir grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze hatten. Das heißt, aus so einer Situation heraus kann unser DAX durchaus unten raus auch wieder richtig auf die Stresstaste hauen und sogar auch neue Tiefs generieren, in dem Moment, wo er oben raus Signale verweigert. Und da können wir in die zwei Stunden reingucken, da fehlt nämlich nicht viel. Die Bewegung an sich hat mir erstmal gut gefallen von der 230 hoch. Wir sind auch wieder über die 4,20 gegangen, das war mir persönlich wichtig. Aber ich wollte dann eben auch sehen, dass er die, wie hatten wir es im letzten Update geschrieben, dass er nochmal 4,40 erreicht, genau, aber dann eben nicht unter 4,400 zurückfällt, weil das sonst eher das Risiko hätte, dass er hier irgendwas anderes probiert, ein Dreieck oder hier noch eine kleine ABC rausschraubt. Und da bin ich jetzt auch nicht so der Freund, dass ich sagen würde, ja gut, die zwei Wellen nach unten mit rote Kästchen abstecken, das sollte man ein bisschen im Blick haben. Aber dreht der uns jetzt hier nach einer abgeknickten Erholung ab, ja, es ist ja eine Erholung, und die dreht ein, dann unterhalb der 200-Tagelinien, unterhalb von der Seitwärtsphase, unterhalb vom Bullischen Channel, dann sollte man tatsächlich auf der Hut sein, dass der eben nicht abhaut und neue Tiefs macht, weil das macht er eben am Abwärtstrend. Er setzt eine markante Bewegung, geht in den Rücklauf, geht irgendwann ein, flacht ab oder flacht ab, geht ein und fängt dann an, nach unten wieder Stress abzubauen. Und da wäre ich jetzt natürlich vorsichtig, gerne im Tief irgendwie dann zu krass mich gegenzustellen. Man sollte die zwei Bewegungswellen trotzdem ins Verhältnis setzen, das können wir kurz machen. So, dann hätten wir das. Ich habe jetzt einfach mal die Fieberprojektion von hier nach da gezogen. Ich muss hier immer mal ein bisschen Pause drücken, ich habe ja doll mit dem Husten zu tun. Ich liege ja die letzten Tage mit der Bronchite, das ist ganz schön flach. Habe es eigentlich ganz gut versteckt gekriegt, aber jetzt geht es irgendwie auf die Stimme und doll in den Husten rein. Ähm, ich liege auch, also ich schwitze wie ein Schwein, das ist natürlich auch noch warm draußen. Das ist also nicht förderlich, aber ich liege wirklich komplett flach. Ähm, es klingt mir jetzt auch nicht mehr dazu ganz so gut zu verstecken wie die letzten Tage. Es ist die 17,1,26. Ja, dann wären die zwei gleich langen Abwärtsbewegungen hier durch, von da nach da, von da nach da. 17,1,26, also die, sagen wir mal 17,1,30, nicht, dass da jemand versucht auf den letzten Punkt irgendwie klar zu kommen. 17,1,30, das wäre noch so eine Option, von der er sich hochdrehen könnte. Aber, wie gesagt, mir wird es nicht gefallen, wenn er jetzt nochmal unter 300 abbaut, würde ich eher denken, A, dass die 1,30 angespielt werden kann, B, mit dem Risiko, vielleicht sogar neue Tiefs zu setzen. Neue Tiefs könnten gesetzt werden auf unsere 9,60. Nochmal ans alte Tiefrahmen, vor allen Dingen auch 17,30, 17,50. Ja, versuchen, einen kleinen Doppelboten mal zu stellen. Muss aber nicht gelingen. Und von daher würde ich es schon sagen, unterhalb von 300 würde ich mich eher nach unten orientieren. Ja, einfach auch, weil er abgedreht ist. Sollte es ihm gelingen, sich aber auf Früh hochzudrehen. Und er lässt, sage ich mal, 9,10 Uhr die Konterkerze hier vom 22 Uhr, vom Schluss. Althaus sehen, stellt sich drüber, über 4,50. Darf er die Erholung fortsetzen? Und aus der Bewegungswelle hier erstmal noch außen voll entschöpfen. Das heißt, sehen wir den so nach 10 Uhr irgendwie schön in die Erholung reingehen, schön hochdrücken, Neu Tagshochs reinflattern lassen. Über die 4,60. Dann denke ich nicht nur, dass wir eine 5,10 erreichen nochmal. Dann gehen wir bestimmt auch schon Richtung 6,20, 6,50. Und vielleicht sogar auch schon zur 700. Um das Gap hier zuzumachen, das kann schon Mittwoch passieren. Ja, also das ist wirklich für mich wichtig. Wie schnell kriegt er sich jetzt hier wieder aufgerichtet und aufgerappelt das, was er hier kurz vor Schluss verloren hat? Kriegt er das nicht aufgerappelt und fuchtelt hier eher unten rum? Dann kann es entweder ein Dreieck werden, ja, oder rutscht es einfach hier durch. Und wie gesagt, mit dem Falten im Nacken, unter 200 Tag Linie, unter dem Channel, unter dem Bullischen Flagge, eher nach unten dann ein bisschen mehr Leine lassen. Ja, im Abwärtstrend dann denken, wenn es denn hier einer werden soll. Und das werden wir wahrscheinlich recht früh schon sehen, wie er sich da eben hat. Ja, das so weit meine Gedanken dazu. Was haben wir nicht gesagt? Wir haben nicht gesagt, wo kommen die nächsten Stationen, wenn hier unten das nicht hält. Die doch, haben wir gesagt, 9,60, 8,20, 7,30 sind das alles so zu rund. Auch 8,80 sollte man ein bisschen mit dem Offenrad da haben. Die liegt ja so ein bisschen unscheinbar dazwischen. Ich weiß nicht, haben wir es im Tagesschau drin? 8,80 würde ich noch mit ein bisschen hingucken. Auch die 800, ja, da liegt ja die Jahreseröffnung, hat man gestern angeguckt. Und dann kommt hier nochmal eine Aufwärtstrendlinie im Bereich um 640. Je nachdem, wann er dort ist, jetzt liegt es aktuell noch bei 540. Aber die wird er definitiv nicht am Mittwoch erreichen können. Ja, aber sollte es sich zum Mittwoch richtig schwach zeigen und ihr neue Tiefs drunter setzen, dann ist das zum Donnerstag schon erreichbar. Das muss man auch ganz klar sagen, weil, wie gesagt, rote Tageskerze nach einem Erholungsversuch, heiße Kiste. Heiße Kiste, ich gönne ihm die Erholung. Aber wie wir das gestern gesagt haben, will von ihm auch Beweise haben. Ja, muss für mich wieder über die 460 drüber. Früher auch gleich. Und dann gerne weiter in die Erholung, weiter hoch. Gap noch zu machen. Volles Feuer, gerne auch. Aber man muss sich der möglichen Bewegung hier eben auch, man darf sich ja nicht verschießen. Ja, und sollte da eben auch offen sein, wenn der jetzt hier anfängt, unten wieder zu reißen, dann baut er seinen Abwärtstrend aus. Ja, und das wird dann mit deinem neuen Tief einhergehen, weil das ist die Definition von Abwärtstrend. Ja, tiefere Tiefs, tiefere Hochs in der Folge aufeinander. Und das wäre dann ein kleines tieferes Hoch, und dann würde ein tieferes Tief folgen. Gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.